Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Jetzt willkommen. Ich hab nur wirklich eine ganz kurze Durchsage für die Shabab im TikTok und auch für Instagram. Und ich hoffe ihr habt Aufnahme gedrückt. Habt ihr Aufnahme gedrückt? Ja klar. Habt ihr sowieso schon seit der ersten Minute, aber ich möchte ganz sicher gehen, dass ihr die Aufnahme drückt. Weil es kann sein, dass es ein paar Leute nicht mitkriegen werden. Deswegen haben wir die Aufnahme auf jeden Fall. Ne, weil ich wirklich nur kurz da sein werde. Ok, Shababab. Guck. Es haben sich ein paar... Es haben sich wieder ein paar Leute echauffiert über Manuel, so wie sie es immer gerne machen. Ein paar von den Reaktoren, ok? Wer denn? Hab ich jetzt nicht mitbekommen? Manakodona. Schreibt das mal in die Kommentare. Haben sich darüber aufgeregt, dass sie und erzählen jetzt in die Weltgeschichte rum, dass ich den Downfall, den Downfall von einem Rapper aus NRW hier, ihr kennt ihn alle. Seit Jahren sehr erfolgreich, dass ich dafür bin, dass er zu Boden geht und runter fällt. Wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre. 15 Jahre, wo ich ihn kennengelernt habe und 14 Jahre davon hatte ich mit ihm nichts zu tun. Ich mit ihm nicht, er mit mir nicht. So, weißt du, ich meine, also... Und ich habe seine ganze Karriere gesehen, von ganz unten bis nach ganz oben. Ich bin keiner, der hatet. Ich bin keiner, der hatet. Ich bin keiner, der hatet. Absolut nicht. Ich wünsche noch weiter... Ja, nein, nein, nein. Der redet alles gut. Das Ding, was in die Öffentlichkeit gekommen ist... Dieser, dieser Pfeil macht direkt zu... Das Video? Immer zehn Sekunden vor. Dann brauchen wir ihn nicht hören, weißt du? Ja klar, aber vielleicht überspringen wir etwas, was er am Anfang gesagt hat. Nein. Sehen wir, guck mal. Hier reden die und hier ist er wieder. Ah, okay. Und, ähm... Und bei allem, was er macht. Das Ding, was in die Öffentlichkeit gekommen ist, das ist eine Geschichte, die sich bei uns in der Hood abgespielt hat. Das ist ein Gespräch, was sich in der Hood abgespielt hat. Und ich habe das an einen... Ich habe gesagt, ey, guck mal, warte mal, weil da ist... Da ist sowas im Busch. Chill mal, dies, das. Und dass das dann veröffentlicht wurde, das ist nicht meine Schuld. Ey, ich habe das Audio bis jetzt nicht gehört, Digga. Ich weiß. Ja, ich... Nicht wirklich von jemandem den Downfall geplant haben soll. Dann... Ihr kennt mich... Ich bin nicht Azadi. Ich gehe ins Internet und sage, so und so ist das. Ja. Aber dem war nicht so. Ich habe das im Privaten geklärt, in die Öffentlichkeit getragen hat. Das habe ich jetzt nicht. Okay? Das ist, wie gesagt, nicht meine Schuld. Okay? Äh, und, ähm... Ja. Wie gesagt, von mir aus, von mir aus ist da, ist da gar nichts irgendwie böswillig. Jeder soll erfolgreich werden. Auch wenn, auch wenn Roos das so hinstellt. Ich kann auch nur zu Roos sagen, so hat er jetzt mehr als deutlich kundgegeben, dass er von mir enttäuscht ist und nicht ein schlechter Mensch bin. Ja, ja, das sagt er echt immer, ne? Also er ist echt immer noch sehr enttäuscht. Problem. So. Ich habe auch meine Meinung über ihn. Okay? Ich habe auch meine Meinung über ihn. Aber, äh... Ich, äh... Ich, äh... Ja. Ich habe damit aber auch nichts zu tun. Guck mal. Wenn Roos mich nicht mag, ist okay. Ich mag ihn auch nicht. Das ist aber kein Grund, um sich zu streiten. Wenn Roos mich nicht mag, wenn ich ihn nicht mag, eigentlich mögt ihr euch. Ja, wenn wir ehrlich sind, glaube ich im tiefen Herzen von Manu und auch im tiefen Herzen von Roos, dass sie sich eigentlich schon mögen. Äh... Aber man will in der Öffentlichkeit halt nicht so der Erste sein, der sagt, ey, ich mag dich doch eigentlich, wenn man Beef hat. Und vielleicht könnte der andere ja dann sagen, ey, fuck you oder so. Und dann steht man halt doof da. Ich glaube nicht, dass wenn Manuel jetzt hier sitzt und sagt, ey, Roos, ich mag dich. Und dass Roos dann sagen würde, ey, verpiss dich. Roos ist nicht so. Wer jetzt Recht hat, wer jetzt Unrecht hat, das ist ein zu langes Thema. Ne? Äh, Roos ist letztendlich, äh... Hat seine Sachen gesagt, die er sagen musste. Und, äh, dann ist das Ganze jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal so ein bisschen hochgekocht. Und, äh... Ja. Ich... Am Ende des Tages wurde, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, so ein bisschen... Geherrt. Es wurde her gemacht, so mäßig. Ähm... Vielleicht wird Roos ja dazu nochmal was sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt gerade live ist. Am Ende des Tages ist ja klar, dass ich, äh, zu Roos stehe. Das ist ja sowieso klar. Das ist ja meine Pflicht, so oder so. Ne? Ähm... Wobei ich ja natürlich auch gerne sehen wollen würde, dass die beiden sich ja auch irgendwo mal wieder auch verstehen und vertragen. Ist natürlich viel Scheiße passiert, klar. Äh... Was ja auch nicht von uns aus ging. Aber... Das Leben ist halt so wie es ist gerade. So. Okay? Manchmal. Menschen mögen sich nicht. Und wenn er, äh... Wenn er der Meinung ist, dass ich lost bin. Ich bin lost. Das ist seine Meinung. Okay? Das ist seine Meinung. Und damit kann er gerne, äh... Damit kann er gerne bleiben. Ich... Ich werde den Teufel tun und jetzt hier einen großen Streit daraus machen. Oder ein großes Palaver machen. Gar nicht. Er hat seine Meinung über mich. Das ist okay. Ich respektiere das. Ich akzeptiere das. Und ich hab... Äh... Captain Blackbeard sagt trotzdem Familie über alles, ob Roos recht hat oder nicht. Ja klar. Also... Das steht außer Frage. Also ich stehe ja zu 120% hinter Roos. Es ist scheißegal gegen wen, wann, gegen wo, gegen... Was, wie auch immer. Das hab ich euch ja schon mal... Aber das steht ja außer Frage. Da steht ja außer Frage, dass ich da hinter Roos stehe. Ob das jetzt gegen Manuelsen ist oder gegen, äh... Mann, gegen Nels Mandela soll das sein. Ich halt zu meinem Bruder. Und das versteht auch Manuelsen. Versteht ihr was ich meine? Also... Es ist ja klar. Wer zu seinem Fleisch und Blut nicht hält... Bruder, der ist ja auch keine richtige, äh... Äh... Das ist eh klar. Meine Meinung über ihn. Das kann er auch akzeptieren und respektieren. Er kann natürlich jetzt auch weitergehen und wieder fünf Videos machen. Was für ein schlechter Kerl ich doch bin. Soll er auch machen. Ist alles kein Problem. Ich muss dazu sagen... Guck mal... Wir haben gerade... Wir haben gerade diese... Diese, äh... Blockstars-Geschichte hier. Und die Blockstars-Geschichte... Äh... Das läuft sehr schön. Also die Podcasts haben guten Anklang. Wir haben gute Zahlen. Und wir haben noch... Wir haben noch viele, äh... Wir haben noch... Auch wenn wir keine guten Zahlen hätten. Das macht einfach Spaß. Wir sitzen hier in einem schönen Studio. Ich sitze mit... Schabab... Äh... Was gemacht worden ist. Wie nicht. Was die da besprochen haben. Was nicht. Ich hab keine Ahnung. Äh... Wir hören uns das jetzt erstmal alles an. Und ich möchte jetzt auch nicht noch nachtreten. Oder Öl ins Feuer gießen. Oder sonst irgendwas. Wir gucken uns das hier gemeinsam an. Ich mach mir auch mein Bild. Und wenn alles sich zum Guten entwickelt. Dann entwickelt sich das zum Guten. So ist das nun mal. Ja? So einfach ist das. Die ich liebe... Und die ich seit 20... Seit 20 oder 25 Jahren kenne. Wir machen unser Ding. Einfach ganz normal. So wie jede andere auch. Und ähm... Wenn uns jemand... Wenn uns jemand nicht mag. Oder jetzt mir die schlimmsten Sachen anhängen will. Ich glaube... Meine 25 Jahre in dieser Szene hier. Die Leute wissen. Dass wenn ich irgendjemanden anfahre. Oder angehe. Dann wird es auch seinen guten Grund haben. Also ich... Unterdrück keine Leute. Und ich bedrohe auch keine Leute. Was er da sagt. Er hat mich bedroht. Und... Das ist... Ey, krass. Ich hab das mit... Also ich... Zu gewissen Subkulturen. Oder wegen meinem hitzigen Temperament. Dann kann man natürlich immer leicht. Die Leute auf seine Seite ziehen. Und immer sagen. Was für ein Arschloch ich bin. Was für ein Arschloch ich bin. Wenn man sagt. Ja, er hat mir gedroht. Und hat dies und das. Und das gemacht. Guck mal. Guck mal. Wir wollen eine Sache hier festhalten. Okay. Ruth ist der Bruder. Ne. Von Sinan. Okay. Sinan. Wir kennen lange. Das wusste voll viele nicht. Dass Ruth der Bruder von Sinan ist. Obwohl beide richtig präsent waren. Ich wusste echt früh. Voll früh. Wann denn? Vor zwei Jahren? Na viel länger. Über Sinans Kopf hinaus. Streit anfangen. Über. Und äh. Na viel länger. So. Und äh. Ich würde niemals über Sinans Kopf hinaus. Streit anfangen. Mit seiner Familie. Sowas gehört sich einfach nicht. Und sowas haben wir auch nicht gelernt. Und sowas passt auch nicht zu uns. Und für die Leute. Für die Leute. Die mich. Die sich jetzt fragen. Ja. Auch korrekt. Ja. So. Wir hören weiter. Nisi. Nisi. Guck mal. Nisi und ich. Wir kennen uns seit 1996. Okay. Seit 1996. Da waren wir beide noch nicht geboren. Ich bin 97. 96. Und ich hab Nisi. Er hatte. Ein paar Sachen auf den Herzen. Ich hab ein paar Sachen auf den Herzen gehabt. Wir haben getroffen. Wir haben geredet. Und das Thema war innerhalb. Wie lange hat es gedauert jetzt? Zehn Minuten? Noch nicht mal. Noch nicht mal zehn Minuten war das Thema geklärt. Was wenn Roos gegen Tyson? Was machst du? Scheiße. Zu wen halte ich jetzt? Tyson oder Roos? Tyson natürlich. Wo oder? Tyson oder Roos? Oder wer ist Roos dann? Wer ist dann Roos? Das ist schwierig. Zu wen halte ich mein Beef zwischen Roos und Tyson? Das ist schwer. Das war eine sehr gute Frage. Ehrlich. Aber das ist wirklich die kniffligste Frage, die ich jemals gestellt bekommen habe. Ich küss dein Herz. Okay. Da waren noch viele andere Leute, die von der Seite Falschinformationen an ihn und an mich herangetragen haben. Also das Thema ist auch geklärt. Ihr könnt Nisi anschreiben, schreibt ihn an und fragt ihn. Okay? Fragt ihn. Glaubt nicht mehr. Fragt ihn. 1997, 96, wie auch immer. Geht dahin. Fragt ihn. Und er wird euch das. Warum bist du noch so nett zu Manu? Ja. Guck mal. Jetzt ganz im Ernst. Meinst du ich kann nicht jetzt hier Manu von A bis Z beleidigen? Ich kann den von A bis Z jetzt beleidigen. Aber was habe ich davon? Was ist das Ergebnis davon? Was soll das bringen? Ich kann den jetzt beleidigen. Ich kann sagen, du hast so gemacht, du hast so gemacht, du hast da mich in den Stich gelassen oder was auch immer. Kann ich machen. Aber was habe ich jetzt davon? Was ändert das? Nix. Ich kann jeden beleidigen, wenn ich will. Was bringt das jetzt in diesem Falle jetzt? Was ich meine? So, und wenn die jetzt gerade, ich habe ja Postings gesehen von Russo und von Manu, dass die Ger gemacht haben. Warum soll ich den jetzt auf einmal dann beleidigen? Aber auch generell. Dafür kennt man sich auch viel zu lange. Jeder hat alles mitverfolgt. Jeder weiß, wie er zu denken hat. Oder was auch immer. Ihr wisst selber, ich habe immer eine Schwäche oder Sympathie für Leute, die ich 20 Jahre, 25 Jahre kenne, 15 Jahre kenne. Ich kann gegen diese Leute oder möchte ungern diese Leute dann schlecht machen in der Öffentlichkeit. Auch wenn die mir vielleicht etwas Böses angetan haben oder ungerecht waren zu mir oder was auch immer. Und bei Allah, ich hätte das Recht, viele Leute zu beleidigen. Ich hätte das Recht, viele, viele zu f***en. Ja? Das ist mein Recht. Aber ob ich dieses Recht einlöse, ist meine, meine Entscheidung. Auch wenn ich eure Meinung entscheide, dass auch viele sagen, ja, du musst jetzt den dissen, du musst jetzt den dissen. Ich verstehe, dass ihr das auch gerne wollt und so. Und, äh, aber ich weiß, wann ich wen beleidigen muss und wen nicht. Und ich mache das nicht, ne, so. Dann, wenn ich das für richtig halte. Wir leben sowieso in einer Zeit, wo Fittner voll gefeiert wird. Versteht ihr, was ich meine? Und, äh, die meisten Leute, über die ich gar nicht mehr rede, die mich hängen lassen haben, habe, das ist viel schlimmer als beleidigend. Diese Menschen, die ich nicht mal erwähne, die will ich meiden. Die will ich weder die Hand reichen, noch wünsche ich dem was Schlechtes, noch was Gutes. Ich will einfach, das ist finito. Aber, aber, guck mal, wie die Leute versuchen, Feuer zu machen. Aber er hat so, aber er hat so. Ist doch scheißegal. Und, und egal, wer was gemacht hat. Boah. Und egal, wer was gemacht hat, seid euch sicher, dass ich das weiß. Denkt nicht, ihr wisst das, ich weiß das nicht. Meine, meine Liste ist aufgeschrieben. Ich weiß, wer wann wo, wer wo wann gegessen hat. Ich weiß, wer wann wo wie gekackt hat. Ich weiß alles. Ich weiß am besten. Aber es ist auch in meiner, es ist auch in meiner, äh, Entscheidungsgewalt, ob ich jetzt einen lünsche oder nicht. Ist einfach so. Versteht ihr? Die Leute feiern das. Und was mit dem? Und was mit dem? Ja, lasst doch. Seid ihr nicht zufrieden? Versteht ihr, was ich meine so? Frieden, nicht Frieden, ist egal. Ich, ich bin der Herr meiner, meiner Seele. Und ich entscheide, mit wem ich Krieg mache und mit wem nicht. Und ich mache keinen unnötigen Krieg, äh, für Nüsse oder für Klicks. Auch wenn ich das Recht dazu hätte, den einen oder anderen die Ohren lang zu ziehen. So, ich entscheide das schon, wann das so sein sollte. Und, äh, ich küsse euer Herz. Und ich weiß auch, dass viele von euch auch das Beste für mich wollen und so. Das ist auch okay. Das finde ich nice. Ich liebe euch hier. Free Hug für die Community. Hug. Ne? Und, äh, okay, wir gucken mal ein bisschen weiter rein. Und Tom kann mir einen lutschen. Was? Was sagen wir das schon? Tom kann mir einen lutschen. Wer? Tom, Tom, er weiß schon. Wer ist Tom? Alles gut, er weiß schon. Der Horne, der haut manchmal so Adlibs raus. Ja, der, der weiß schon warum. So, Kira sagt, du weißt, wer hinter dir steht. Egal welche Uhrzeit. Ich weiß, Kira ist die Beste. So oder so. Ne, ich weiß, wer hinter mir steht und wer nicht. Liebe Friends. Und, äh, alles ist gut. Wir arbeiten weiter. Wir geben weiter Gas. Und nach Ramadan werde ich auch wieder Mucke bringen. Genau. Und, und nach, nach Ramadan müsst ihr halt, ähm, äh, supporten. Also es hängt von euch ab. Wenn ihr mich ganz oben sehen wollt, ohne dass ich jetzt jeden hier beleidigen muss, dann müsst ihr mich supporten. Dann müsst ihr die Videos anklicken. Dann müsst ihr, äh, auf Spotify die Songs streamen. Und, äh, hast nicht gesehen. Ich küsse euer Herz. Also, am Ende des Tages brauche ich euer Support. So, und, äh, ich will ungern, äh, Erfolg haben, dass ich alte Weggefährte dann hier beleidigen muss oder, äh, auspacken muss. Ich will nicht auspacken. Was soll ich auspacken? Was hat, äh, irgendwas in der Öffentlichkeit zu suchen? So, weißt du, was ich meine? Auch wenn das vielleicht andere gemacht haben. Ich will gar nicht so einer sein. Aber wir gucken weiter. Gleiche sagen, das Thema ist alles geklärt, alles ist gut. Auch das Thema mit unserer Schwester Panna und ihm ist geklärt. Ne, alles ist cool, alles ist ruhig. Was, Bruder, was waren diese Leute immer mit dem Kulissen? Haben wir dafür gesorgt, dass sich, äh, dass sich Leute vertragen und anständig wieder miteinander umgehen. Weißt du, ich meine? Oder zumindest, zumindest getrennte Wege gehen können ohne irgendwelchen schweren Herzens. So, weißt du, wie ich meine? Das ist unsere Aufgabe. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben keine Lust darauf, so großartig Streit hier in unserer Ecke mit Leuten zu haben, weißt du, oder mit Leuten aus unserem Team. So was passt einfach nicht. Weißt du, ich meine? Gegen andere gerne. Gegen andere ist kein Problem. Da ist man da jetzt auf dich. Ich meine. Aber so bei uns nicht. Deswegen. Ich hab nix gegen Ruth. Er soll, er soll der größte Reaktor der Welt werden. Er soll reich werden, Millionen. Und vor allem soll er gesund bleiben. So wie, wo er im Krankenhaus war, wo ich der, wo ich sehr, sehr erpicht darauf war, dass es ihm wieder, dass es ihm wieder gesund geht. Also, dass er wieder gesund wird. Also, wie gesagt, ich kenne Ruth auch schon lange. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Er mag es einfach gerne, mich zu provozieren, weil er denkt, dann kommt eine bösere Reaction und dies und das. Ja, also, da muss ich natürlich ganz kurz auch Ruth in Schutz nehmen. Also, der Ruth macht das jetzt hier nicht einfach nur, weil er darauf Bock hat oder sich denkt, ach, da stich ich mal heute gegen Manu. So ist das nicht. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die ihm nicht passen und gewisse Aktionen, die auch Manu vielleicht macht, gemacht hat, die dann auch auf die andere Seite dann natürlich nicht gut ankommen. Beispiel, der Ruth ist jetzt keiner, der aus freien Stücken irgendwas einfach macht. Aber wie gesagt, jeder hat seine andere Wahrnehmung, ist ja auch okay. Er empfindet das jetzt vielleicht nicht so, dass die andere Seite getriggert ist, aber die andere Seite sieht das so. Und deswegen, aber ich will das Thema jetzt nicht groß machen, wer, wie, was, wo und hast du nicht gesehen. Naja, am Ende des Tages, wenn die Kär machen, ist es besser, als sich jetzt da nochmal zu beschimpfen oder was auch immer. Aber ich möchte keine bösen Reactions machen. Ich möchte nicht auf die Leute böse reagieren. Ich möchte es einfach nicht. Nicht aus eigenen Stücken macht, aus freien Stücken macht. Das heißt, er ist keiner, der einen einfach ohne Grund fertig macht. So, und ja, der Side-Gunner sagt es, jeder hat auf Ruth rumgehackt. Die haben ihn auch viel genannt, beleidigt und so weiter. Ruth macht nicht ohne Grund. Ja, ist so. Viele haben Ruth versucht, durch den Kakao zu ziehen, auch jetzt unabhängig von Manu. Viele andere haben das versucht und haben versucht, ihn schlecht zu machen. Dabei hat Ruth nie jemandem irgendwas angetan oder sonst irgendwas. Ruth hat natürlich auch viele Kriege zu führen wegen mir, das ist auch klar. Und in dem Zuge haben versucht, Leute auf denen seine Nase rumzutanzen. Und die Leute, die versucht haben, auf Ruth an der Nase rumzutanzen, da sind Leute, die von dem IQ-Stand nicht mal ein Viertel davon sind. Nicht mal ansatzweise an die Bildungsstelle rankommen, der Ruth da in seinem Schädel. Die Leute versuchen immer Tantan zu machen, weil die Leute denken auch manchmal so, ey, der Ruth, der ist so ein bisschen schwach, der ist krank, man kann auf den so rumhacken. Aber bis ich dann einen von denen persönlich sehe und dann einen von denen seine Mutter. Und dann, Polizei, ich hab doch nur auf YouTube bisschen Faxen gemacht und da haben die mich gef***t. Das geht schnell, das geht ruckzuck, das ist ein von denen ihre Mutter. Das geht ruckzuck, da braucht ihr euch dann nicht zu wundern. Ne, weil da ist mit mir nicht gut Kirschen essen, so lustig ich auch bin. Und du bist am Ende wieder der Doofe. Das ist mir scheißegal. Und eins sollte immer die Leute auch nicht vergessen. Ich hab keine Angst vor Knast. Ich mag den Knast. Wohnzimmer. Für mich ist Knast chillig. Merkt euch das. Das heißt, wenn einer denkt, ich würde Angst vor Knast haben oder vor irgendwas, ja, da ehrt ihr euch. Für mich ist zwei Jahre, drei Jahre Knast ganz entspannt. Merkt, also verwechselt das niemals. Knast ist für mich Trainingsphase ohne Kopffick. Und das ist auch jetzt keine Politik. Was ja auch besser als Digga, ne, Friede. Ich beleidige jeden, jeden. Dafür kennen wir Manuelsen auch, Digga. Wenn er sauer ist, Digga, und auf Modus ist, Bro, der nimmt keinen Halt, Digga, ne. Diesen Punkt, ne. Wurzel seine Stammbaums. Von oben bis unten, rechts, links, bis in die letzte Wurzel seine Stammbaums. Ich beleidige, wenn mir danach ist. Aber in seinem Fall und in vielen anderen Fällen ist mir einfach dabei nicht. So. Und das hat doch nichts. Manuelsen beleidigt, Sand, Digga, das war krass. Dass ich irgendwie ein primitiver Affe bin, der nicht weiß, wie man eine Diskussion führt. Oder ein Gespräch führt. Nur die meisten Leute, es geht mir um die Intention, das ist das Wichtigste. Okay, das ist das Wichtigste. Die meisten, die meisten Leute, die... Kenzo Ibiza. Bruder, chill. Ich bin keiner, der live geht und sagt, ich bin jetzt hier und so. Sowas mach ich nicht. Alles, kommt Zeit, kommt Rat, ganz entspannt. Ohne, ohne viel Hektik. Eine Sache. Du weißt doch. Man sagt doch, Rache wird kalt reserviert. Oh. Das ist immer... Die Leute vergessen das. Wenn die Leute ein halbes Jahr, ein Jahr vergessen haben, was die getan haben, was die gesagt haben, ist ja auch alles gut. Wir vergessen nicht. Ich vergesse nicht. Wenn sie ins Internet sagen, okay, das ist keine Kritik, so wie sie es immer gerne nennen. Sie nennen es ja immer gerne Kritik. Okay? Ja, aber man darf ihn doch kritisch... Das meiste ist keine Kritik. Das meiste, die Intention dahinter ist einfach Shade. Okay? Ist einfach Shade und ist einfach... So Unruhe stiften, Unheil bringen, irgendwas, so Diskussionen, schlechte, schlechte Diskussionen bringen. Ich möchte... Trevi sagt, Sinan Manu hat sehr viel Sympathie verloren, seit er weg ist von dir. Leider. Bruder, ich entscheide nicht, wer... Also ich kann euch ja nicht zwingen, wen ihr sympathisch findet und wer nicht. Das liegt nicht in meiner Gewalt. Es ist ja auch nicht so abgelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Jeder kann die Sache sehen, wie er möchte. Ist er euch ja frei. Ne, und ob da noch was von uns kommt oder nicht, kann ich euch ja jetzt hier gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm... Und ich... Ich muss euch ehrlich sagen, also es ficken viele meinen Kopf. Wirklich viele, viele Menschen, dass ich mit Manu hier wieder live gehen soll. Auch zwischendurch und euch richtig unterhalten soll. Also ich... Ich merke das. Also es... Es wollen wirklich viele, Alter. Und das wäre ja auch wahrscheinlich, äh... Etwas, was... Eine... Eine Mauer, die... Das würde alles sprengen, klar. Aber es ist jetzt erstmal nicht so, dass ich, äh... Also es ist jetzt nicht geplant oder so. Also deswegen... Und ich, äh... Kann euch das auch gar nicht jetzt hier beantworten, ne. Am Ende des Tages, ähm... Müssen wir gucken, wie die Zeit... Oder was die Zeit mit sich bringt. Äh... Und ich sehe die... Versteht ihr, was ich meine? Es ist halt auch nicht immer einfach. Für euch ist das einfach. Ey Sinan, geh doch mal mit Manu live. Boah Sinan, mach doch mal jetzt das. Sinan, mach doch mal... Dreh mal einen Film für Netflix wieder. Äh... 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 Hau die doch mal jetzt weg. Aber keiner... Bedenkt die Hintergründe. Äh... Wenn ich das und das mache, kann vielleicht so und so passieren. Und ich muss auch meine Familie schützen. Ich muss auch mich selber schützen. Keiner bedenkt das. Für euch ist es einfach, Sachen zu kommentieren und auch zu sagen und zu fördern. Äh... Ich... Ich mache euch das auch nicht zum Vorwurf. Aber es ist halt einfach für euch. Für... Für uns oder für andere Leute ist es nicht so einfach. Deswegen muss man halt immer Sabr beweisen. Sabr, sabr. Ich möchte wirklich keinen Streit mit Wus... Besser. Wirklich keinen Streit mit Wus... Was ist der mit der Verbindung, oder? Ich möchte nicht mit ihm streiten. Ich möchte nicht Video nach vorne, Video nach hinten. Ich möchte nicht. Ich bin nicht interessiert daran. Ich habe jetzt seine Sachen gesehen, was er da gesagt hat. Meine Ex einladen. Meine Ex... Ich habe jetzt seine Sachen gesehen, was er da gesagt hat. Er kann Nisi gerne einladen. Er kann auch alle... Er kann Nisi einladen. Meine Ex einladen. Meine Ex-Ex einladen. Und jeden Feind, den ich jemals hatte im Internet, kann er einladen in seinem Podcast und kann damit in allen zusammen über mich reden. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Das ist besser. Es ist mir egal. Wir möchten wirklich... Und ich habe es schon oft probiert. Ich wurde sehr, sehr, sehr oft wieder zurückgezogen. Aber ich möchte wirklich in eine bessere Zukunft gucken. Guck mal, ich sage euch das. Also ich sage ehrlich, dass er schon so auf die Sache da... Er kann sich darauf konzentrieren. Ja, läuft ja auch richtig gerne. Ehrlich, besser. Manuel, euer Manuel, den ihr kennt seit Jahren lang. Euer Manuel hat Bluthochdruck oder Bluthochdruck. Ich muss Tabletten nehmen. Okay, das ist krass, dass er Bluthochdruck hat und sich so krass auf... Also unter 40 auf jeden Fall. Jeden scheiß aufrege. Son Goku sagt, Sinan Bruder, dein Fehler war, dass du einfach zu viele gepusht hast. Du hast ein zu gutes Herz, Wallah. Also erstmal, Liebe geht raus an dich, mein Lieber. Ähm... Ja, was soll ich machen? Ich helfe und pushe und wenn mir so Gedank wird am Ende, dann ist das halt so erstmal. Ihr seht ja selber und ihr wisst selber, ich muss das ja auch nicht immer sagen. Aber am Ende des Tages mache ich das nicht. Ich mache das von Herzen. Wenn ich Leute hier einlade oder Leute pushe, wenn ich Leuten eine Plattform gebe, Leute, die früher nichts hatten, die keiner kannte, die dann bei mir sind und dann gepusht werden und am Ende dann denken irgendwie, die sind Stars geworden und die brauchen ja niemanden mehr oder was auch immer. Das ist halt der Tommy Gunn-Effekt. Wer Rocky 5 guckt, wer Rocky 5 guckt, wer Rocky 5 kennt, weiß, wer Tommy Gunn ist. Und von Tommy Gunn gibt es halt viele. Es gibt viele Tommy Gunn und am Ende des Tages habe ich immer von Herzen gehandelt und habe nie irgendwie gedacht, boah, wenn der mich vielleicht fallen lässt oder wenn der mich vielleicht verpisst, soweit denke ich doch gar nicht. Ich denke, ey, der Junge ist top oder der Junge ist korrekt oder die Schwester ist in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, egal wer hier sitzt, egal wenn ich auch meine Videos mitnehme, egal was ich mache. Ich denke ja nicht, boah, der wird mich irgendwann ficken. Davon will ich ja gar nicht ausgehen. Wenn ich davon ausgehen würde, boah, dass der und der vielleicht irgendwann gegen mich ist, dann tusche ich den erst gar nicht. Menschen, versteht ihr, was ich meine? Also ihr kommt ja auch nicht mit einem Mädchen zusammen, von dem ihr denkt, boah, die geht mir bald fremd. Versteht ihr, was ich meine? Ihr heiratet auch keine Frau, wo ihr denkt, boah, die lässt sich bestimmt nach ein Jahr scheiden von mir. Man, ich ging immer mit dem besten Gewissen da rein. Ich ging immer mit dem besten Gewissen rein. Ich mache und tue und pushe und sehe das Ganze immer wie so ein Fam-Ding, wenn einige Leute das nicht zu schätzen wissen oder dann Sonderansprüche haben und denken, die sind jetzt irgendwie die Prinzessin auf der Erbse. Was willst du machen? Was willst du machen? Der eine hat dann halt mehr Erfolg, der andere hat dann halt weniger Erfolg. Ja, Fredo von Pate trifft auch zu. Fredo, Tommy Gunn, beste Beispiele. Also Filmfans und Filmleute, die sich mit Filmen auskennen und diese Charaktereigenschaften bei den Leuten in den Filmen sehen, wissen genau, wen ich meine. Hol dein Hack von Milano. Ja. Keine Sorge, ich reiß dich rein. Alles entspannt. Wie gesagt, das Thema Milano werden wir auch irgendwann auch noch besprechen. Und ich denke immer noch, ich denke immer noch, ich bin 25. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss einfach jetzt Tabletten schlucken. Jetzt nichts Wildes, aber damit mein Bluthochdruck sich reguliert. Deswegen, bis wohin noch. Bis wohin noch. Ja, ich mach mal jetzt hier aus. Also... Ja, mach mal aus. Komm, lass mal gehen. Das Thema, ich glaube, da sagt er jetzt nicht mehr viel mehr. Äh, wie gesagt, der Manu hat ja auch seine Ansichten. Das ist ja auch okay. Es ist ja auch ein freidenkender Mensch. Äh, nur in, äh, Coach Frankys, äh, Welt ist er ein Sklave. Ähm, ne? Der B***er Sohn. Und, ähm, wir gucken mal ganz kurz auf die Insta-Stories. Hier sehen wir das Ding. Natürlich ist der Bruder Abu Intellektueller auch mit am Start. Hier wurde ihm die Frage gestellt, Bruder, wie klären wir das mit Bruce und M-Punkt? Du musst vermitteln. Haben wir gemacht. Add Manuelsen, add Bruce Lee, weiße Taube. Manuelsen hat das Ganze repostet und schreibt, Hamdullahi Arab. Also, das heißt, ähm, das heißt, wir haben ja vorher gehört, dass er gesagt hat, er mag Bruce gar nicht. Wenn einer einen nicht mögen würde eigentlich, würde er nicht schreiben, Hamdullahi Arab. Das heißt, es war schon trotzdem Sympathie da, auch wenn man sich da irgendwie angefeindet hat. Das heißt, der Manu hat den Bruce schon gerne und andersrum auch. Es sind natürlich viele Fehler passiert. Auch gravierende Fehler. Aber, äh, so ist das Leben. Man kann, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt Menschen umbringen? Geht auch nicht, ne? Äh, äh, schließlich gibt's da auch ne lange Verbindung. Man kennt sich jahrelang und so und es ist, äh, und wenn die beiden, wenn Bruce und Manu die weiße Taube jetzt gemacht haben. Wer bin ich, dass ich jetzt gegen Manuelsen Feuer plötze? Ich hab ja die ganze Zeit auch eigentlich meinen Mund gehalten. Ich hätt' ja auch gegen Manuelsen schießen können. Ich hätt' ja auch gegen Manuelsen so vieles sagen können. Und bla und blub. Er hättet der Fahrrad geht. Und, äh, jetzt gehen wir ganz kurz, dann gucken wir mal dasselbe ganz kurz hier. Er hat das auch repostet. Auch die weiße Taube ist auch auf seinem Instagram Account zu sehen. Somit wurde die frohe Botschaft von Manu und Bruce auf Instagram geteilt. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob zwischen Manu und Bruce ein, ein Deep Talk Gespräch stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob die beiden jetzt, äh, ein längeres Telefonat hatten, ob die kein Telefonat hatten, das weiß ich nicht. Nee, ich habe noch nicht mit den, äh, beiden Parteien gesprochen, um ehrlich zu sein, ja. Ich hab also weder mit Manu darüber gesprochen, äh, und noch hab ich mit Bruce darüber gesprochen, ja. Das, äh, natürlich gibt's da eine Person, die abgefuckt ist. Das ist der Mock. Wir gucken mal, was Mock da zugeschrieben hat. Scheiße. Mock, der Bruder, der Bruder Mock. Puste. Es wurde gerd gemacht hinter meinen Rücken. Wir müssen reden. Mock, der wird so wach. Was ist hier los? Der wurde gerd gemacht. Ich darf mal rücken. Mock. Free Mock an der Stelle. Äh, aber wahrscheinlich meint der Mock das natürlich nicht ernst. Mock ist sein, äh, richtiger Bruder. Also, ich sag euch ehrlich, der Mock ist wirklich loyaler wie sehr viele. Und, äh, wer die, wer die Geschichte verfolgt hat, weiß, dass ich mit Mock auch übelsten Streit mal hatte. Warum auch immer. Hahaha. Aber ich kenn Mock auch. 15 Jahre. Ne? Also, das ist das, was viele nicht wissen. Ich kenn Mock auch wirklich sehr lange. Und, äh, Mock war einer der ersten großen Rapper, die mich in seinem, äh, in seinem Musikvideoclip mit eingebaut haben. So, und ich sag euch mal was. So, bevor ich noch Mock kannte. Als ich, als ich, äh, 2007, als ich 2007 in U-Haft war. Weiß ich mal. Ende 2006. Ende 2006, Anfang 2007. Ich weiß nicht mehr genau. Als ich in U-Haft war in, ähm, ich war in der U-Haft in, äh, JVA Ostendorf. Ja? Und zu der Zeit war Mock einer der großen Rapper. Agro Berlin und so, ähm, die haben, äh, wirklich abgeräumt damals. Als Sampler, Ansage, äh, und so weiter und so fort. Da war Mock, äh, mit den Berliner Jungs halt richtig am Start. Und, ähm, es, es gab's halt eigentlich nichts Größeres als, ähm, Agro. Agro Berlin war schon mit das Größte. Und Mock war ein Teil davon. Und Mock hat auch mit, äh, mit Dschihad und so Geldwäsche und dies und das gemacht. Und ich war in U-Haft. Und ich hab einfach eine CD von Mock gehabt. Ich weiß nicht mehr, von welchen Zellennachbar ich die weggenommen habe. Aber ich hab einfach die CD weggenommen. Ich so, hör mal, geh mal her. Der Name sagt mir was. M-O-K. Musik oder Knast. Und dann hab ich ein originales Album von Mock im Knast gehabt. Und das hab ich auch gepumpt. Und als ich dann aus dem Knast kam, zu der Zeit. Irgendwann hab ich ja auch Mock dann kennengelernt. Ich war ja mit Sido und mit Alpagan und alle cool. Und man hat sich auch hier und da gesehen. Das war die, das war die große Ära zwischen Farid-Bang-Krieg und, äh, äh, Sido-Krieg. Ja. Und ich war mit beiden Seiten gut. Ich war schon zu der Zeit mitten im Geschehen drinnen. Da hab ich noch nicht mal aktiv Musik gemacht. Und ich weiß das noch, dass damals, ich weiß gar nicht mehr wer. Ich will auch jetzt nicht unbedingt Namen nennen. Aber es gab's Leute, die wollten halt den Farid ficken. Damals wollten die den Farid in so eine, in so einen Hinterhalt locken. So ein paar Leute von Sigi damals. Und die haben mich angerufen. Und so, Straßetechnik war ich halt, äh, represent. Und dann hat man mich angerufen, so, ey, guck mal, wir wollen den Farid ficken. Wir locken den jetzt. Äh, mach mal, fertig, ich ruf den an oder mach mal, das weiß ich nicht mehr genau. Irgendwas. Und dann hab ich direkt gesagt, ey, ich bin zwar mit euch cool und so. Wir sind auch so Straße, alles, äh, bla bla bla. Aber einen in die Falle locken, den ich auch kenne, kann ich nicht machen. Ne, und dann wollte man so den Farid so hinterrücks. Und damals war der Beef ja auch heftig. Ne, und ich hab dann gesagt, ey, den Farid kann ich da nicht, äh, geht nicht. Das geht nicht. Sowas hab ich auch nie gemacht. Einen Bruder so, äh, zu verraten. Auch wenn beide Seiten meine Freunde waren. Ich hätte auch das für Farid nicht gemacht. Hätte Farid mich gesagt, ey, wir wollen einen von, äh, von Sido. Ich kenn die ja. Hätt ich das auch nicht gemacht. Hätt ich nicht gemacht. Äh, der Farid weiß das. Äh, im Nachhinein, äh, kam das ja auch so raus. Sie haben sich auch irgendwann mal, dann gab's dann so Gespräche im Hintergrund. Rät Alpagan und Farid war dann in Frieden. Und ich hab dann, äh, weiß nicht mehr genau. Der Alpagan hat, glaub ich, damals einige Disses, äh, gegen Farid, äh, für mich, äh, halt rausgeholt. Ne, was ich dann da geklärt habe zwischen denen. Und hab dann dafür gesorgt, dass keiner keinen Fick mehr sich, äh, und, äh, ja, dann, äh, war auch gut. Lange Geschichten auf jeden Fall. Und, äh, Mock, äh, und irgendwie hat man sich dann mit Mock irgendwann in den Haaren gehabt irgendwas. Natürlich dann auch wegen Farid wahrscheinlich. Äh, aber wir haben mit Mock Frieden geschlossen. Schon lange. Schon sehr lange übrigens. Und ich bin, äh, ich feier Mock. Mock ist auf jeden Fall ein stabiler Typ. Ist auch kein Schwätzer oder ein Blender, äh, wie viele das glauben. Nur weil er auch lange Zeit mit Farid Beef hatte. Aber der Mock ist wirklich ein stabiler Kerl. Und, äh, einige Leute, die so über Mock vielleicht schlecht reden. Die würden auf jeden Fall, äh, Mock seine Hände küssen, wenn die den mal live sehen. Ja, ein Zwei-Meter-Ochse, Alter. Na ja, das sag ich euch. Also, dass wir가�ern nicht irgendwie suchen haben. Tschüss, Alter. Tschüss, Alter. Tschüss. Tschüss, testosterone. Bis zum nächsten Mal.